Okay, ja, ja, wir sind gar nicht so doof. Tja, der ist ja wohl ein bisschen pisst, ne? Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen Sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Okay, wie wenig Sinn macht das hier? Hä? Oh, doch nicht so wenig. Warte mal. Darf ich den Sprung bis dahin? Ja, sicher. Schön, Haxelweiber. Ah, mh. So, aufsteigen. Nächster Halt oben. Cool, Dinge da drin. Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Tja, damit wir gehen müssen, ne? Na gut, dann, äh... Ja, Reise, Reise, ne, Seemann? Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vor Winter Einbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Wenn wir angreifen? Worauf warten wir noch? Warum greifen? Sei still. Ich entscheide, was wir tun. Ich bin bereit. Ich weiß es, ich muss ihn mal ausprobieren. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Golde Kennzeichner zeigen mehrere Gegner, nahe Gegner, alles klar. Okay. Ich hab gerade überhaupt keinen Pfeil. Okay, ich hab die Hüse. Ich hab die Hüse. Okay, ich hab die Hüse. Ja, ich hab die Hüse. Vielen Dank. Halt die Spannung! Halt die Spannung! Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, alles gut. Meine Fresse! Das ist gut, was ist das? Aha, das ist gut, toll, meine Rage ist voll aufgeladen und ich kann die jetzt grad nicht nutzen. Super. Long Kacka! Okay, ich kann da hochklettern. Ich kann aber auch erstmal da weiter gehen. Können wir erstmal hier Lebensenergie holen. So, jetzt geh ich zurück zum Riesen. Ach, Kinos. Der Weg zum Berg, weiter in Richtung des Berges. So. Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Lass ich die mal liegen? Hey, ich glaube da drüben ist eine Truhe. Quatsch ich zurück gehen muss. Was haben wir denn da? Leichter Runenangriff. Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe des ins Taumeln bringen und zurück stößt. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Hells Berührung erhalten. Mit Runenjuwelen können sie ihre Waffen mit leichten und schweren Runen passieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü im Waffeneingriff. Wählen sie unten den Leichter Runenangriff Platz aus. Die Waffen sind in der Nähe des Bars. Die Waffen sind in der Nähe des Bars. Okay. Aber ich hab's auch nichts schweres. Coole Moves. Halten sie L1 gedrückt und drücken sie dabei R1, oh Mann. Nice. Sicher? Ich schieb das weg. Los. Danke. Da ist der Berg! Gehen wir! Noch nicht. Okay, mal mit der Ruhe. Sie hält! Siehst du? Alter, ich seh's doch schon kommen. So, ich lass dich jetzt sterben. Hilfe! Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm. Augen auf! Deine Eile bringt uns um. Äh... Tut mir leid. Ja, hallo. Guten Tag. Ähm... Ach... Herr Draugar. Sie stehen so still. Sind Sie tot? Ich meine... noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Ach, du Scheiße. Gegnerschwierigkeit. Gegnerschwierigkeit. Ähm... Denkt an! Präzision geht vor Tempo. Con endope... Au on,先 da. Du Scheiße Bent capabilities! Tontl competent! Oo... Fynn... Ton und fröhre совсем ... Tut mir leid. 4 Äh... ... Ohe... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war der letzte. Alter. Das war's für heute. 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 Die Mauer! Noch mehr Drahtach? Die Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Ich- accomplishment, du Misfi! Ich brauche doch nur noch ein bisschen für Rage. Leute. Ernsthaft? Ja, wo soll ich denn hingehen? Lass mich nicht allein. Bist du dumm oder was? Ich glaube, es hackt im Wald. Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht kämpfen. Vielleicht können wir abbauen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Alter, ich drücke doch! Kackleiche! Was? Nein! Entschuldigung! Was kann das nun sein? Was kann das nun sein? Junge, was kannst du überhaupt? Das war schon wieder. Ich bin der Worte, ich bin der Worte, ich bin der Worte. So, jetzt reicht's aber hier, du alte Kacksämmel. Verdammig, noch zwölf und ein Drittel dabei, ey. Geht so gut, Zwerg. Meine Fresse, nee, ey. Oh, kann man da hochklettern? Oh ja, kann man. Hörst du das? Nein. Was ist das? Ich weiß es. Sicht zeigen. Bleib in meiner Nähe. Ich weiß es. Das war's für heute.